Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play The Broken Age. In der letzten Folge haben wir uns mit Vela vor dem komischen Monster gerettet. Das ist ein Name, den ich schon wieder vergessen habe. Oh mein Gott, irgendwas mit Korn oder sowas. In dieser Runde haben wir uns entschieden, wir spielen erstmal ein bisschen mit Shay, bevor wir mit Vela weiterspielen. Also ein Klick auf Shay und da sind wir schon. Oh, das ist ja ein ganz böses Geräusch. Was für ein guter Junge. Was für ein guter Junge. Was für ein guter Junge. Oh, super. Hey, leicht, Computer. Oh, stopp dich so schade. Ich habe dich verwendet, um deinen Schiff zu ändern. Haha, super. Wir sind wohl doch schon eine ganze Weile hier auf diesem Schiff, so wie es scheint. Und der Computer hält uns immer noch für ein Baby. Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Gunt автомобilitude. Gut. Nabulums. Nein. 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 Eww. Nein. Vielleicht. Oh ja, na klar. Was ist das denn? Oh, jetzt muss ich Blod essen. Oh Gott, der redet. Ich will hier weg. Oh Gott, sehr ruhig. Oh Gott. Oh Gott. Ich gebe nicht nur Essen. Ich gebe auch Nutrition Facts und Ernährung. Zum Beispiel, das letzte Sponfus war genau 7.1 Kalorien. Habt ihr? Oh oh. Kommander? Nichts, was das große Problem ist? Auf der Brücke? Nein? Ah, eigentlich wirklich. Willst du wissen, die Vistosität dieses Morgens Synthetik Milch? Okay Computer. Was ist die große Emergency? Ich wünsche, dass du mich Mom nennen willst, sweetie. Ich wünsche, dass du mich Captain, Computer. Okay, Captain Sweetie. Lass uns ins Business kommen. Captain Sweetie. We are currently tracking multiple developing crises that need urgent attention. First of all, a massive avalanche has been reported on the planet Galarctica. Second, there's a runaway train in System 7 that's headed for Spike Canyon. We've also received a mayday signal from the vessel Friendship Circle. They're under attack. Uh oh, this just came in. My sensors report, an entity of unknown origin has attached itself to the hull of this very ship. What are your orders, sweetie? Captain? Oh god. Das klingt ja alles wahnsinnig interessant. You need to help those avalanche. I knew you'd want to help them, sweetie. Plotting a course for planet Galarctica. Oh god, ey, das sind doch Spielzeuge für Kleinkinder. Wenn nicht machen, für Babysäure. Help, someone help us! Meine Toe sind wirklich chillig. This is the massive avalanche? It's worse than it looks. Really? How? It's in... ...Eiscreme-Avalanche! No way! Yeah, super. That's not worse. Help! Hey, check this out. Why not check out us avalanche victims over here instead? Can they see us? Can they see us? Why doesn't anyone see us again? Don't worry, I'll figure out how to get you out of there soon. We know you will. We believe in you, Shay! Don't worry, I'll figure out how to get you out of there soon. Don't worry, I'll figure out how to get you out of there soon. Don't worry. Don't worry. Don't worry. Don't worry, I'll figure out how to get you out of there soon. No. 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 junkie die Begründung nächstlich sein es ist nicht mehr umbedingend aber die Träger ist in der Wiener ich doch gemacht Stilie ist haben haben wir um es für uns umdrehen können umdrehen 10 es ist wieso hat er da so viel optimiert er Optimismus beziehungsweise so viel Euphorie dafür Das ist doch total schlimm. Ja, aussteigen. Äh, keine Ahnung. Oh Gott, echt. Wirklich. Das war alles. Ah, schön den Zahn ausgeschlagen. Okay, das sieht irgendwie nicht so gesund aus, ja. Na, danke. Du wirst diese Dinnerepillen lieben. Egal Spaghetti oder Aspirin. What the? Spaghetti oder Aspirin? Ja, kaum Unterschied. Äh, nee. Komm, das klingt wenigstens als einziges. Oh, ich mag nicht, dass du da rauskommst. Das klingt wenigstens halbwegs, als wäre es interessant. Okay. Raumanzug. Draußen. Okay. Das sieht irgendwie extrem ungelenkig aus. Mit einem Schal? Ja, ja. Immer einen Schal anziehen, wenn man rausgeht, ne? Okay. Ich bin außerhalb des Schiffes. Das foreign body muss sehr nahe sein. Nein, ich kann diese Mission nicht aborten, bis ich es durchgesehen habe. Keine Ahnung, wie schuldig es ist. Wuhu! Ah. Okay. Na, das war ja... ...reichlich sinnfrei. Na, guck mal da. Das sieht doch irgendwie falsch aus. Was haben wir denn hier noch? Mal gucken, was das ist. Ich habe einen Objekt. Es ist ein bisschen organisch in Natur. Was sagt mir, dass ich mich... ...ein meine Gesichter in die Zeit... Ah! Ich bin aus, ich bin aus! Ich bin aus! Was? 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 Ja, morgen ist ein anderer Tag, buddy. Oh Gott, halt die Fresse. Komm. Ist ja schlimm. Ja. Na guck mal, die sehen sogar genau gleich aus. Deine Saliva hat heute 0.001 pH im Balance. Kann ich sagen, mehr wholegrain-nutrient-Paste? Das ist so, dass wir die nächste, Sweetie. Oh Gott. Okay, dann halt noch das Tollesen. Immer noch die vier. Das letzte. Oh, ich weiß nur nicht, wer die Kattos büren die defensivsten Kutis. In die Teleporter-Rumme. Ein Teleporter. Hm. Das klingt gut. Ich bin auf dem Distressed-Vessel-Friendship-Circle. Ich habe eine der Crew gefunden. Was haben wir da? Fake. Ja, was haben wir da? Ich hätte mich nicht sitzen. Mehr Fake-Controls. Guck mal, die hier vorne sehen gar nicht so Fake aus. Fake. Okay. Dann halt doch. Was ist hier passiert? Es war ein... ...Ataacke! Von einem Fehmens-Vessel? Oder eines alienen Kreaturen? Oder hast du dich selbst in einer Art von Spass-Mannung? Ist das? Ja. Ah! 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 Das ist ein Knuddelangriff! Ein spezielles Nutrition-Paste für dich heute. Space-Meat in einem Blanket. Space-Meat in einem Blanket? Oh Gott, ey. Welche Mission sollten wir weitergehen, Sweetie? Oh. Ich muss aus dieser Routine gehen. Ähm. Lawine. Kann man nicht weg. Zug. Ja. Keine Ahnung. Schmusehöhle. War auch nix. Weltraumspaziergang wäre vielleicht interessant. Aber konnten wir auch nix anklicken, oder? Beim Zug haben wir nicht geguckt, ob wir irgendwie noch mal ein bisschen was angucken können vielleicht. Vielleicht können wir uns irgendwo festhalten, oder aussteigen, oder irgendwie sowas. Hey. Was passiert, wenn wir einfach nix machen? Nein! Wollte ich gar nicht. Wollte ich gar nicht. Ah, okay. Ja. Son, was machst du? Das ist nicht richtig. Was machst du das? Ahaha. Shane! Cool. Was warst du dir gedacht? Du könntest uns so schnell zu retten. Ich bin sicher, dass wir uns wieder hatten. Wohohoho! Okay, ich würde mir langsam mal Gedanken machen. Ah, das sieht ungesund aus. Das ist super lame. Das ist super lame. Wer bist denn du? Wer bist du? Wenn du ein Kind bist, wenn du bereit bist, wenn du bereit bist für real danger bist, komm mal sehen. Aber. Aber. Sag niemandem. Aber. Niemand. Hey, warte! Was? Hm. Keine Diskussion über das, junger Mann. Du musst zu resten und gesheben in der Bedeoutung bis dahinter nachzudenken. Computer, ich bin gut. Obviamente. Nein, du könntest eine verratete Fracture. Das kann passieren. Was? Nein, das kann das nicht. Alle Missionen sind kancelt. Ich liebe dich. Sag mal, der Mond ist ja Vater, oder? Ah, vorgetäuschtes Schnarchen. Wer will denn, sah sich nachts aus dem Bett stehlen? Weißig. Keine Missions. Ich kann... ... was auch immer. Okay. Und das? Es sieht aus wie ein weirriger kleiner Schreiber. Okay. Komm schon. Puppe, Puppe, Puppe. Oh, schau. Das ist ein anderer Grab-and-Gary-Robot. Ich kann nicht erwarten, dass es in den Trashen... ... ich meine, meine Schlechtung. Komm schon, Grab-and-Gary. Beide mehr Spaß. Du kannst es tun. Kannst du nichts tun, außer Grab-Stuff? Okay, also wir haben einen Roboter, mit dem wir Sachen einsaunen können. Ah, ist schon mal nicht so schlecht. Löffel, der mit uns redet. Gut. Warum brauchen Computer-Siehnsucht? Gute Frage. Naja. Die fragmentieren sich vielleicht. Mal rausgucken. Mal rausgucken. Okay, du hast echt Todessehnsucht, ne? Okay, kann ich den nehmen? Es ist ein Tank von kompressedem Luft. Es könnte in einer Erkrankung sein. Ja, genau. Wir haben diese. Sie sagt, es ist ein Humidifier, aber... Es ist ein Artes-Kontroll-Device. Either way, es ist tot jetzt. Ich habe ihre Führungs-Source verloren. Hm. Die Luft-Van ist kaputt, mit diesen wehrten kleinen Schrauben. Aha, mit diesen seltsamen Aussehen... Oh Gott, da ist das lächerlich. Es ist lockt. Was ein schreckliches Trick. Hey, was machst du aus dem Bett, Buster? Was bin ich? Du bist ein Prisiner? Nur, bis ich sicher bin, dass du sicher bist. Du hast keine Ahnung, wie wichtig du bist, Shay. Na komm, lass mich wieder aufstehen. Ist ja in Ordnung. Ich habe es begriffen. Ich darf nicht zur Tür. Hm. Ja, einfach wegwerfen. Äh, ich habe es wieder auf. Oh. Gute Frage, was das ist. Oh, ein aufblasbares... Na, was auch mal. Na, was werden wir damit wohl machen? Blup. Hoffentlich sieht das genug aus wie ich, um den Warden zu schrauben. Okay, ich frage jetzt, gehen wir jetzt nochmal zur Tür. Ich meine, hier sind Pfeilen, also wäre ich eher dafür, da runter zu gehen. Wo ist mein kleiner Engel? Oh, da ist er. Ich glaube, ich habe dich heute fast verloren. Schau dich, kleiner Hero. Mann, Computer sind schade. Okay, das sieht doch schon wesentlich interessanter aus. Whoa. Whoa. How have I never seen this part of the ship before? You came. Because you are done with children's games. Yes. Who are you? My name is Maric. And what I'm about to show you is no game. While you've been drifting through the universe, eating ice cream, playing with trains, war has been raging across the galaxy. War? Between who? Between the forces that every war is between. Between the powerful and the weak. The tyrants and the innocent. But who? Does it even matter? There will always be war. We did not start it. And we cannot stop it. What we can do is protect the weak. And rescue the helpless. Look at this distress signal I just received from a peaceful colony in the Talon Nebula. The helpless creatures you see by the forces of tyranny, and may soon be executed. But, yes. We... We have to save them. Yes. Yes, we do. I'm pleased to feel as such. We have to go tell the ship's computer. No. You must tell no one on this ship what I have just told you. This ship is programmed with one function. To keep you safe. And why bist du denn hier? Yeah, I noticed that. To help these creatures, you will need to put yourself at risk. In a way, she could never understand. No, you're right. She would never understand. So what can we do? I would have to get to the Talon Nebula. Take this star chart to the navigation room. I have an earpiece for you to wear, so that we can stay in contact. Use that vent to avoid detection. Return immediately after you're successful. But quickly, young cub, we don't have much time. Ich werde, dieses Spiel kann man in 10 Minuten durchspielen. Wenn man sich nichts anschaut. Those poor creatures. They're counting on you, young cub. Ich bin kein Welpe. Ja, ist okay, ich hab's gehört. Okay. Ich bin mir selbst und bin ein bisschen protektiv. Das ist die Star-Chart für Talon Nebula. Ah, der junge Master hat mit dem Sprecher spielen. Ah, der junge Master hat mit dem Sprecher spielen. Oh, Mann. A reale Mission für uns. Das ist so lustig. Das ist echt, Shea. Bleib fokussiert. Du kannst alles hören, was ich sage? Ja. Bitte nicht sagen, was das schrecklich ist. Okay. Sehr lustig. Wenn ich dem Sprecher eine Star-Chart geben, dann wird das Destination-Pattern in dieses Navscarpe. Er webt das Ziel in den Navigationsschal. What the what? Okay. Hey, Spaceweaver. Let's go somewhere exciting for a change. I have been programmed to take the young Master wherever he desires. As long as it is safe and free of conflict. Aww. Bring me a Star-Chart. And the fabric of time and space shall be linked to serve your passage. Ja, ja, hier, komm. Hey, Spaceweaver. Can you take me here? That is an easy one for the Spaceweaver. Preparing decryption mechanism. Initializing warp and wolf drive. Gewebe. Das sind ja schon lange Sekunden. Cool. Hat sich der Schal jetzt geändert? Bisschen, ne? Ja, ja, ich hab's schon gehört. Okay, Vogel, wir sind da, wo du hin wolltest. Was jetzt? Warum ich? Warum machst du's nicht selbst? Das klingt für mich immer noch wie ein Spiel. So the boom arms can be extended. The boom arms. Ja, und wie soll ich die Schilde senken? Da. Now wait until the boom arm is correctly positioned above the subject. Then press this to engage the grappling sequence. This, huh? Okay, das ist ja mal super dämlich. Great work, Shay. Now the boom arms will haul it in and place it in the auxiliary cargo hold. I should go see if it's okay. No. They must remain in complete quarantine for their own protection. And ours. Sag mal, das ist doch falsch. Our diseases might kill them? You are wise for such a young cop. Now we must save more quickly before their captors return. Ich wette, wir entführen die gerade. Use the movement controls to position the ship. Careful. Wait for it. Oh Gott, ist das schlecht. Got another one. Great. Now just place it in the cargo hold and... Oh no. What is it? Hostile forces have been detected nearby. They're coming in our direction. We need to retreat. Not yet. There's still one more to save. No time. We have to pull out immediately or we'll be destroyed. No! You didn't tell me I'd have to pick who lived and died. You want to be a grown-up? Get used to making tough decisions. No time to mourn. There's another distress signal. This one's from... Danger System 5. Are you up to it? Nein. This is also a bloody game. Are you the master of your feelings or are they the master of you? Give me the Star Chart. Kann ich jetzt das noch? Ja, ja, bla bla. He's got security cameras everywhere. Only for your attention. What are you doing? There's no time to waste. Take that vent to the navigation room and give that Star Chart to the Spaceweaver right Da ist irgendwas ganz falsch. Okay, wir dürfen sowieso nichts machen. Das hat sich sowieso nichts gemacht. Darf ich mit dir reden? Hey, Spaceweaver. Na. Let's go... Warte mal. This is the Star Chart for Danger System 5. Danger System 5, huh? Okay. Hey, Spaceweaver. Can you take me here? With pleasure. Oh, sick. Komm, lass's gut sein. Können wir da eigentlich was machen? Looks like the Spaceweaver is in code of the Star Chart into a graph of knits and pearls. 4 3 Looks like the Spaceweaver is in code of the Star Chart into a graph of knits and pearls. Okay. Ich wette, wir können das noch manipulieren später. Bevor es dann durchgeht. Jetzt schauen wir erstmal, wo er uns hingebracht hat. Okay. Okay, komm, hier. Schilder runter. Eintüten. Excellent. Securing Subject in Cargohull. Wait for it. Ja, ja, komm, 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 komm. Great work. Da oben ist noch einer. Noch eins. Hier. Gut. Aber hurry, wir sind aus Zeit. Na, guck mal, da sind noch zwei. Da müssen wir den da. Oh. Hat sich doch tatsächlich bewegt. Was heißt, das ist genug? Ich meine, enemy ships are approaching. I don't see anything. I need to save this last one. You're going to endanger the whole mission to save one creature? Just give me a second. Der, ich sag dir, der böse Wolf entführt die hier für sein, für sein eigenes Wohl. Okay, ich got it. But, something's wrong. Cut it loose. We need to retreat before... Attention. Ship is under attack. What happened? Probably one of the enemy vessels I warned you about, remember? We need to get that last creature. Too late. The ship is retreating under autopilot to a safe location. And we're completely locked out of the controls. How are we going to perform any more rescues? We'll have to find another way to hack into the boom arm controls. And another way to bring the shields down at the right time. And who knows if we'll be able to navigate to the right system now that the ship's on high alert. The ship's computer must be freaking out right now. Oh, yes. As soon as the alarm sounded, the first thing she probably did was check on you and your... Shea, Shea, are you hurt? Oh, thank goodness. Don't worry, sweetie. Um, something attacked the ship, but mommy's not prepared. Der Mond. Nothing to worry about, okay? Okay. Oh, so grave. Okay. Better get back to Merrick to hear his plan. Ja, aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge, beziehungsweise ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir dann wieder zurück zu Wehler. Und ja, ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß und tschöööööö.